Heute hat man natürlich auch die Effektivität gestimmt, was am Samstag noch nicht so der Fall war. Wir hatten auch viele Torschanzen gegen Ludenhofen, die haben einige nicht genutzt. Heute haben wir relativ früh schon das erste Tor gemacht und haben gesehen, wie es dann ausgehen kann. Meine Mannschaft ist sehr gut gemacht, wir haben endlich viele Tore auch geschossen. Wir müssen konzentriert weiterarbeiten jetzt in den nächsten Wochen. Der Anfang ist gemacht, aber es ist noch ein weiter Weg, um den Ziel zu erreichen. Danke.